Wunderschönen guten Morgen ihr Lieben, vielen Dank, dass ich wieder bei euch sein darf. Danke, dass ich schon wieder predigen darf, worauf ich Lust habe. Ich habe das letzte Woche mit dem Klaus besprochen, wir haben so gescherzt und er sagt, Sodom und Gomorra. Ja, übersetzt auf fromm heißt ja, dass ich predige, worauf ich Lust habe, das, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Aber das ist manchmal auch ganz klar und eindeutig, denn letztes Mal habe ich über die Frucht des Geistes gesprochen, da erschien es mir nur folgerichtig, heute über die Gaben des Geistes zu predigen. Und auf jeden Fall schon mal vorweg, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder gewillt seid, mir lange zuhören zu wollen. Es geht heute also um die berühmt-berüchtigten Charismen. Und wegen der charismatischen Berüchtigtheit habe ich das Thema dann auch in Anlehnung an eines meiner Lieblingskinderbücher Paulus und die wilde 13 genannt. Untertitel Charismen als Auswirkungen der Gnade. Eigentlich sind es ja gar nicht 13 Charismen, sondern 15 an der Zahl, vielleicht sind es auch noch viel mehr. Aber ihr erinnert euch, die wilde 13 waren ja auch nicht 13, sondern nur 12. Ich will euch heute wieder einen Überblick geben über das, was da möglich ist im Bereich der Geistesgaben, damit ihr wieder ein großes Bild vor Augen gemalt bekommt. Und deswegen werde ich auch jede Gabe nur ganz kurz streifen. Denn es geht mir heute Morgen darum, Angst zu nehmen und Lust zu machen, die Gaben einmal auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln und das miteinander zu teilen. Und darum gibt es natürlich auch wieder die Predigt als PDF-Datei für alle, die das gerne wollen, mit Platz für Notizen, sodass ihr daran arbeiten könnt. Also so ähnlich wie so ein Arbeitszettel, den die Davina vorhin hier gezeigt hat. Also wenn ihr mich nachher ansprecht, könnt ihr die wieder zugeschickt bekommen. Die Gaben der Ruach, also des Geistes, sind genauso wie die Frucht der Ruach dazu da, uns Jesus ähnlicher zu machen. Und uns jeden Tag an den Orten, an denen wir sind, ein Leben in der Nachfolge Jesu zu ermöglichen. Das Ziel der Beschäftigung mit den Charismen, also das, was hinten rauskommt, das Menü, das dann schließlich zustande gekommen ist, ist wie bei allen anderen Glaubensdingen auch, die Liebe zu Jesus und zu den Menschen. Und ein tieferes Verständnis des Geheimnisses, von dem Paulus in Kolosser 1, Vers 27 sagt, das ist das Geheimnis, Christus lebt in euch. Und darin liegt auch eure ganze Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Es gibt also in jedem von uns etwas Geheimnisvolles, das Auswirkungen in uns selbst hat und sich dann auch aus uns heraus in unserer direkten Umwelt auswirkt. Und das geht von dem uns innewohnenden Christus aus. Wie könnte er denn auch in uns leben und es hätte keinerlei Auswirkungen? Was hat es also mit den Charismen auf sich? Und da muss man eine Vorbemerkung machen, die ganz wichtig ist, immer im Blick zu behalten. Alle Wörter der griechischen Wurzel Char bezeichnen etwas, das Wohlbehagen erzeugt. Und das verlieren wir Christen in der Auseinandersetzung mit diesem Thema und dem Eifer des Gefechts, nämlich allzu leicht aus den Augen. Und dann erzeugen die Geistesgaben und der Umgang mit ihnen eher Druck und Unbehagen. Die Charismen kommen aber von Gott. Und darum sind sie ganz natürlich etwas, das Wohlbehagen auslösen soll. Charar heißt die Freude und Charis die Gnade. Und wenn jetzt zu Charis noch die Silbe ma dazukommt, das ist eine griechische Nachsilbe, die bedeutet einfach eine Wirkung, eine Auswirkung, wie bei den Wörtern Trauma, Asthma, Dogma, Aroma und vieles andere mehr, dann haben wir das Wort Charisma. Und das bedeutet wohltuende Auswirkung der Gnade. Und in der Mehrzahl Charismata, Charismen, bedeutet es Geschenke der Gnade, Gaben aus der Gnade des Gebers heraus. Und weil die Geistesgaben ein Geschenk von Gott sind, kann man sich übrigens auch nicht für sie qualifizieren, sondern sie sind Geschenke, die in dir wohnen, die in dir drinnen sind. Deswegen habe ich auch extra mein T-Shirt heute angezogen. Da steht drauf, Brot kann schimmeln. Was kannst du? Und das ist immer ein guter Gesprächsöffner, wenn man darüber spricht, dass es etwas in dir gibt, wozu du nichts tun brauchst. Was muss Brot tun, damit es schimmelt? Nix. Es liegt einfach nur in der Gegend rum. Und genauso ist das bei uns auch. In uns lebt etwas, das sich auf alle Fälle auswirkt, ohne dass du dafür etwas leisten musst. Und das sollte man sich ganz groß übers Bett hängen oder als T-Shirt anziehen oder vorne in seine Bibel reinschreiben. Man kann sich für die Gnadengaben nicht durch brav sein, nicht durch gut sein, nicht durch fasten, nicht durch reife oder sonst irgendeine Leistung qualifizieren. Wenn es so wäre, dann wären die Gnadengaben ja keine Geschenke mehr, sondern verdiente Belohnungen. Aber sie sind Geschenke. Und das ist doch auch ganz grundlegend in unserem Christenleben so. Von Anfang bis Ende ist das Christenleben eine einzige Auswirkung der Gnade. Weil unser Christsein allein in dem endgültigen und unverdienten Freispruch durch das Kreuz Jesu wurzelt. So wie es in Römer 5, Vers 2 heißt, Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Gnade ist das Wesen von allem, was vom Kreuz her kommt. Gnade ist in uns drin. Und die Definition von Gnade ist, Gnade ist die Überwindung einer Machtdistanz zwischen einem Starken und einem Schwachen durch die Initiative des Stärkeren. Das ist Gnade. Und darum und um nichts anderes geht es auch bei den Geistesgaben, den geheimnisvollen Charismen. Manchmal haben wir ja vielleicht nur so einen Respekt bis hin zu Furcht vor den Charismen, weil sie uns unbekannt sind. Weil man nicht so genau weiß, wie das eigentlich funktioniert. Ist man dabei noch Herr seiner Sinne oder muss man unbedingt ekstatisch herumrollen und dergleichen mehr. Die Auswirkungen der Gnade Gottes beschränkt sich übrigens auch nicht auf die Aufzählung in Römer 12 und 1. Korinther 12, die beiden Hauptkapiteln im Neuen Testament über die Charismen. Und sie sehen auch nicht immer gleich aus, sondern wirken sich situativ im Leben der Christen und der Gemeinden aus. Weil die Charismen eine Auswirkung der Gnade und des Allmächtigen Gottes sind, lassen sie sich auch nicht einsperren in unser dogmatisches Denken. 1. Korinther 12, 6 und 7 Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles bewirkt, in allen. Jedem aber wird die Offenbarung der Ruach zum Nutzen gegeben. Also da soll was bei rauskommen. Und das Wort für Nutzen, das hier steht, Simfero, heißt zusammentragen, helfen, beistehen, nutzen. Simfero ist also ein Beziehungsbegriff und zeigt, dass es der heiligen Ruach um das Bauen der Gemeinschaft, um das Bauen der Gemeinde geht bei den Geistesgaben und nicht darum, christliche Superhelden zu erzeugen. Geistesgaben sind keine Zirkusnummer, die uns so ein Kribbeln über den Rücken fahren lassen soll. Die Charismen sind dazu da, dass die Gemeinde gebaut wird, dass Menschen zusammengeholt werden in das Liebesnetzwerk Gottes hinein und dass wir dabei einander beistehen und uns gegenseitig helfen. Charismen sind für die Christen ganz normale Werkzeuge, die Gott uns in die Hand drückt, um seine übernatürlichen Ziele zu erreichen. Charismen sind normale Werkzeuge, um übernatürliche Ziele zu erreichen. Den Einsatz einer Geistesgabe muss man dabei übrigens auch nicht unbedingt spüren. Die Charismen legitimiert nämlich nicht das Faszinosum des Übernatürlichen, sondern die Erbauung der Gemeinde, das, was hinten bei rauskommt, die Frucht. Und so haben wahrscheinlich schon sehr viel mehr Christen charismatisch gehandelt, als sie sich dessen bewusst sind. Die Auswirkung bzw. die Frucht ist ein wichtiges Merkmal, um zu erkennen, ob man eine Geistesgabe ausgeübt hat. Und jede Gabe bewegt sich abhängig von den jeweiligen Lebensherausforderungen in einem Spektrum von Christnormal bis übernatürlich und wird in unterschiedlichem Maße von jedem Christen angewendet. Für Paulus ist kein einziger Christ vorstellbar, der keine Gnadengabe hätte. Das heißt, in dessen Leben keine Auswirkungen der Gnade wären. Paulus würde also sagen, ich befinde mich heute Morgen in einem Raum voller Charismatiker. Das hättet ihr auch nicht gedacht, ne? So, und das wollen wir uns aber doch mal anhand von 1. Korinther 12 etwas genauer anschauen. 1. Korinther 12, Vers 1 sagt Paulus, was aber die geistlichen Gaben betrifft, ihr lieben Geschwister, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. So, und nach einer solchen Einleitung kann man ja nur erwarten, dass Paulus jetzt auch anfängt, uns die Charismen zu erklären. Und das tut er auch. 1. Korinther 12, Vers 2 und 3. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörte, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, der unter dem Einfluss der heiligen Ruach steht, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer unter dem Einfluss der heiligen Ruach, also im heiligen Geist. Das heißt, die erste Auswirkung der Gnade Gottes, das erste Geschenk der Gnade, die erste Geistesgabe, ist die Ermöglichung, Jesus Christus den Herrn zu nennen und es auch so zu meinen. Das klingt jetzt vielleicht banal und du denkst, naja, das kann doch jeder. Aber können die Menschen in deinem Haus, in deiner Schule, in deinem Büro Jesus den Herrn nennen und es auch so meinen und darauf vertrauen? Nein, das können sie nicht. Und ich konnte es auch nicht, bevor ich ein Christ wurde. Bevor die heilige Ruach in mir Wohnung genommen hat und die Gnade anfing, sich in mir auszuwirken und mich zu befähigen. Es ist eine Auswirkung der Gnade im Leben eines jeden Christen. Dieses Charisma hat jeder Christ. Man aktiviert es ganz unbewusst und natürlich bei jedem Gebet, das man spricht, bei jedem Opfer um Jesu Willen oder auch bei ersten Schritten in eine neue geistliche Herausforderung hinein. Und auch hier gibt es Verschiedenheiten von Wirkungen und der Situation angepasste Ausprägungen. Der Märtyrer bekommt in seiner Situation sicherlich einen größeren Zuwachs an dieser Gabe, als wir es heute Morgen hier im Gottesdienst brauchen. Als am 20. April 1999 einer der Killer in der Schule in Liddleton in einen Raum hinein fragte, wer glaubt hier an Gott? Und die 17-jährige Cassie Burnell aufstand und sagte, ich, ich glaube an Gott, Jesus ist mein Herr. Da brauchte es schon eine Extraportion an Gnadenauswirkungen, denn sie wusste ja, dass sie daraufhin erschossen werden würde. Traditionell spricht man in 1. Korinther 12 von neun Geistesgaben. Unter dem Gesichtspunkt aber, dass Charisma Auswirkungen der Gnade heißt, habe ich in 1. Korinther 12 15 Charismen gefunden und die will ich jetzt einmal aufzählen und zu jeder Geistesgabe ein paar kurze Gedankenanstöße äußern, damit ihr ins Nachdenken darüber kommen könnt und in dieser PDF-Datei, die ich für euch mitgebracht habe, da könnt ihr dann auch immer eure eigenen Erfahrungen darunter schreiben. So, die zweite Auswirkung der Gnade Gottes, die zweite Gnadengabe ist das Wort der Weisheit. Das Wort der Weisheit zeigt sich darin, dass es einem in Situationen plötzlich klar wie Kloßbrühe ist, wie etwas gemacht oder wie ein Problem gelöst werden soll. Man könnte dieses Charisma auch die Fähigkeit nennen, Beziehungen in Ordnung zu bringen. Wir sehen diese Fähigkeit in Aktion in Galater 2, wo Petrus in Antiochia erst an einem Tisch mit den Heidenchristen sitzt und dann als Jakobus mit den anderen Judenchristen aus Jerusalem vorbeikommt, da sondert er sich aus Angst vor Jakobus und von den Heidenchristen wieder ab. Und Paulus war nun auch zugegen und er beobachtet das Ganze. Und dann verwickelt er Paulus öffentlich in ein Gespräch über die Bedingungslosigkeit der Gnade, was schließlich dazu führt, dass Erkenntnis aufkommt und dass die Beziehungen zwischen allen Beteiligten wiederhergestellt werden. Wie bei anderen Charismen auch ist es allerdings oft schwer zu unterscheiden, ob bei einem Vorschlag, der ein Problem wirklich lösen kann, unmittelbares Wirken der Heiligen Ruach vorliegt oder einfach nur menschliche Kompetenz. Aber was macht das schon aus, wenn die Frucht daraus hervorgeht? Ich denke, dass sich sogar oft beides vermischt, denn die Heilige Ruach wirkt und arbeitet auf allen Ebenen. Gott gibt unmittelbare Eingebungen, er trägt aber auch zur Entwicklung menschlicher Fähigkeiten bei. Wenn du also an bestimmte Situationen zurückdenkst und erlebt hast, dass du etwas gesagt hast und daraufhin ein Konflikt beigelegt wurde oder ein Problem gelöst werden konnte, dann kann es durchaus sein, dass du das Wort der Weisheit bereits angewandt hast. Es ist das lösende Wort in einer festgefahrenen Situation. Wenn du also das nächste Mal in einer solchen Situation bist, dann bete doch einfach Heilige Ruach, gib mir jetzt ein Wort der Weisheit und dann achte darauf, was für ein Impuls daraufhin in dir hochkommt. Es kann ein einziger Satz sein oder eine gezielte Frage, es kann aber auch ein Witz sein oder eine Geschichte, die den Kern des Problems treffen und durch ihre Impulse den Totenpunkt überwinden. Die dritte Auswirkung der Gnade Gottes, das dritte Charisma, ist das Wort der Erkenntnis. Im Gegensatz zum Wort der Weisheit, das sagt, wie ein Problem gelöst werden kann, ist das Wort der Erkenntnis dagegen der spontane Einfall, Einfall, was eigentlich in einer bestimmten Situation das Problem ist. Das Wort der Erkenntnis hat mit einer zufallenden, einer zufälligen Einsicht in Erlebtes, Erfahrenes oder auch Beobachtetes zu tun, mit dem Ziel, die Wahrheit zu finden. Wenn alles durcheinander und verworren zu sein scheint, bringt das Wort der Erkenntnis den Durchblick in der vorher noch unüberschaubaren Situation. Aber Paulus warnt auch in 1. Korinther 8, Vers 1, gewiss, wir haben alle Erkenntnis, doch die Erkenntnis macht aufgeblasen, die Liebe dagegen baut auf. Erkenntnis als Auswirkung der Gnade heißt, dass Erkenntnis nur dann zum Aufbau der Gemeinde und zur Hilfe für den Einzelnen beiträgt, wenn sie an das Liebeswirken der heiligen Ruach geknüpft ist. Die vierte Auswirkung der Gnade Gottes, die vierte Geistesgabe ist der Glaube. Das Vertrauen auf die Realität Gottes. Beim Glauben geht es um eine innere, unerschütterliche Gewissheit, die von Beweisen unabhängig ist und ein Vertrauen auf Dinge, die man nicht sehen kann, so wie es in Hebräer 11, Vers 1 heißt. Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Als die Jünger in Matthäus 17 den fallsüchtigen Knaben nicht befreien konnten, dann nennt Jesus ihren Glauben einen zu wenig Glauben. Hier wäre mehr notwendig gewesen, mehr Vertrauen, als die Jünger mit ihrem persönlichen Glauben zur Verfügung hatten. Jedes Mal, wenn wir über unseren persönlichen Glauben hinausgehen und handeln müssen, als wäre Gott tatsächlich real und es dann auch tun, manifestiert sich die Gabe des Glaubens. In Markus 11, Vers 22 erklärt Jesus, was das für ein Glaube ist und wie die Gabe des Glaubens funktioniert. Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen, habt Gottes Glauben. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berge sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen und nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern glaubt, dass das entsteht, was er sagt, dem wird es werden. Die fünfte Auswirkung der Gnade Gottes sind dann die Gnadengeschenke der Heilungen. Hier stehen beide Worte im Plural. Ich deute das so, nicht jeder kann alles heilen. Einer betet und es verschwindet nur Kopfschmerz. Ein anderer erlebt nach seinem Gebet die Heilung von Aids. Und wieder ein anderer heilt Einsamkeit und Ausgrenzung. Oder er bittet erfolgreich spontane Tröstung eines Trauernden. Und all das gehört zu den Heilungsgaben, zu den verschiedenen. Das biblische Wort für Krankheit meint sowohl körperliche wie auch psychische und auch soziale Schwächungen. Und ich glaube, dass es hier darum geht, durch Gebet Auswirkungen der Gnade in eben all diesen Bereichen zu bewirken. Und es gibt viele Formen der Heilung. Manchmal wird eine Krankheit sofort und vollständig geheilt. Ein anderes Mal kommt eine Entwicklung in Gang. Dem einen geht es nach einem Heilungsgebet besser, in dem sich die Symptome abschwächen. Und andere bekommen innere Kraft, noch weiter auszuharren. Der doppelte Plural bei der fünften Auswirkung der Gnade bezieht sich meines Erachtens auch dann noch auf die Vielfalt der Form des Heilungsgebets. Heilung kann geschehen durch Gebet mit Handauflegung, durch die Salbung der Ältesten, durch Fasten und Beten einer Gruppe. Die Gnadengaben der Heilung können sich auch darin auswirken, dass ein Arzt die richtige Diagnose stellt oder die heilende Therapie findet, dass eine schwierige Operation gelingt oder dass die Wirkung eines Medikaments unterstützt wird. All das fällt in den Bereich der Heilungen. Jesus Sirach 38, Vers 4-7 Der Herr bringt auch die Heilmittel aus der Erde hervor. Ein vernünftiger Mensch wird deshalb nicht zögern, sie zu gebrauchen. Gott hat den Menschen das Wissen um diese Heilmittel gegeben, damit sie ihn für seine Wunder preisen. Durch sie heilt er die Menschen und lindert ihre Schmerzen. Der Apotheker bereitet eine Mischung daraus. Wenn dir das nächste Mal jemand erzählt, dass er krank ist, dann könntest du ja anfangen, dich in dieser Gabe zu üben. Du könntest ihn ja mal fragen, ob du für ihn beten darfst, anstatt zu seufzen und ihm eine gute Besserung zu wünschen. Oder du könntest ihm zumindest eine gute Heilung wünschen. Und dann könnte es durchaus sein, dass sich die Gnade Gottes durch dich hindurch in einer dieser Formen der Heilungen auswirkt. Die sechste Auswirkung der Gnade, das sechste Charisma sind Wirkungen der Kraft. Im Griechischen heißt das Energemata Dynamio. Da geht es also um Energie und Dynamik. Und deswegen will ich es einmal so definieren. Wunderwirkungen sind dynamische Energievorgänge auf der atomaren Ebene. Wie zum Beispiel die Verwandlung von Wasser in Wein. Oder die Neubildung eines zerstörten menschlichen Organs. Etwas, was den gewöhnlichen Erfahrungen zu widersprechen scheint. Das Wunder liegt bei der Anwendung dieser Gabe aber nicht in der grundsätzlichen Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Vorgangs, sondern in dem zeitlichen Zusammenhang mit dem ausgesprochenen Gebet. Der Mainzer Mathematikprofessor Hans Rohrbach hat uns mal in einem seiner Vorträge gesagt, dass es durchaus erklärbar sei, wie Wasser zu Wein werden kann. Es geschehe eben wahrscheinlich in der Natur nur einmal in einer Million Jahren. Die Auswirkung der Gnade, das Wunder ist, dass es genau dann passiert ist, als Jesus gesagt hat, jetzt soll es geschehen. Und eine weitere Auswirkung dieses Charismas der Wunderwirkung ist, dass die Jünger auf diese Wunderwirkung der Verwandlung von Wasser in Wein hin an Jesu Herrlichkeit glaubten. Kraftwirkungen bewirken etwas in unserer Umgebung, in unseren Beziehungen, in unserem Leben, indem sie den Blick auf Jesu Herrlichkeit richten. Siebte Auswirkung der Gnade ist die Prophetie, die auch die Gabe der Weissagungen genannt wird. Hier geht es darum, dass zukünftige Ereignisse angekündigt werden oder gegenwärtige Zusammenhänge offenbart werden, um die Gemeinde in ihrem Aufbau voranzutreiben. 1. Korinther 14, Vers 4, wer prophetisch redet, der baut die Gemeinde auf. Das Wort Prognose ist vielleicht zu schwach, aber unter dieser unverfänglichen Bezeichnung Prognose könnte man ja im Alltag einmal anfangen, Gedanken zu sammeln, die sich einem im Gebet unwillkürlich zu bestimmten Personen oder Situationen aufdrängen. Und dann könnte man diese Gedanken so ganz unverbindlich ins Gespräch bringen, ohne zu sagen, so spricht der Herr und ohne zu sagen, ich werde jetzt hier prophetisch reden, sondern ich hätte da so eine Prognose anzubieten. Und dann kann man beobachten, welche Auswirkungen das auf den Bau der Gemeinde hat. Und so könnte man sich für Schritt für Schritt im Gebet diesem Charisma nähern. Interessanterweise betont Paulus ausgerechnet bei dieser Auswirkung der Gnade, dass die Geister der Propheten den Propheten untertan sind, um zum Ausdruck zu bringen, dass die Geistesgaben die persönliche Verantwortung der Liebe nicht außer Kraft setzen. Wer ohne Liebe weissagt, prophezeit nicht selten schon den Untergang seiner eigenen Gemeinschaft. Die achte Auswirkung der Gnade ist die Unterscheidung der Geister, was wörtlich die pneumatische Beurteilung der Dinge ist. Es geht um die Fähigkeit, einen Sachverhalt, wie zum Beispiel eine enthusiastische Glaubensäußerung in unserer Mitte, ein prophetisches Wort oder auch eine Konfliktsituation mit der Heiligen Ruach zusammen in allen Einzelheiten zu erkennen und in ihrer Verschiedenheit von anderem geistlich zu bewerten. Erster Thessalonicher 5, Vers 21 prüft aber alles und das Gute haltet fest. Die neunte Auswirkung der Gnade ist wieder was Besonderes, ist das Sprachengebet. Da denken alle, oh, 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 was kann das sein? Dieses Charisma setzt bei der Fähigkeit des Menschen an, Silben zu formen und Laute auszusprechen. Der Unterschied zu zum Beispiel der deutschen Sprache ist nur, dass Millionen von Deutschen das laute System der deutschen Sprache kennen und anerkennen, das Sprachengebet aber nur von Gott selber verstanden wird. Die heilige Ruach benutzt die ausgesprochene Laute dabei als Trägersignal für eine authentische göttliche Datenfernübertragung. Mit dieser Gabe baut man sich selber immer wieder auf. Das sagt Paulus in 1. Korinther 14, Vers 4. Darüber gibt es auch eine ausführliche Predigt von mir, die sich nur mit dem Sprachengebet beschäftigt, was es ist, wie man es bekommen kann, wie es wirkt und dergleichen mehr. Und wenn ihr das wollt, dann kann ich da ja auch mal gerne wieder drüber predigen, wenn ich Lust drauf habe und ihr auch, dann mache ich das gerne beim nächsten Mal. Wenn sich die Gnade in der Form des Sprachengebetes allerdings öffentlich in einem Gottesdienst auswirkt, dann braucht es allerdings eine Auslegung dieser unverständlichen Lautäußerung. Und dazu gibt es zehntens dann die Gabe der Auslegung der Sprachen. Die Auslegung der Sprachen, die Hermeneutik, wie es im griechischen Text heißt, ist keine Übersetzung der gesprochenen Laute, sondern es ist ein Wiederhall dessen, was das Sprachengebet im Geist des Auslegers angestoßen hat. Inhalt des Sprachengebetes sind in der Regel höchstwahrscheinlich Lobpreis und Anbetung. Denn wer in einer Sprache redet, der redet nicht zu Menschen, sondern er redet zu Gott. Denn niemand versteht es im Geist, aber redet er Geheimnisse, heißt es in 1. Korinther 14, Vers 2. Wenn du also erlebst, wie ein Sprachengebet im Gottesdienst ausgelegt wird, der Herr spricht, das und das sollt ihr tun, das hat nichts mit dem Sprachengebet zu tun. Das ist eine Prophetie, die davon ausgelöst wurde. Aber es gibt keine wörtliche Übersetzung einer Sprachenrede, sondern es geht darum, dieses Geheimnis des Lobpreises zu erfassen in seinem Geist, was in dem Sprachengebet zum Ausdruck gekommen ist. Das elfte Charisma ist die Fähigkeit des Apostels, die Fähigkeit der Sendbote Gottes zu sein. Diese Auswirkung der Gnade zeigt sich entweder darin, Verkünder einer neuen Lehre zu sein in einem Umfeld, wo die Botschaft von Jesus Christus noch nicht angenommen wurde, so wie Paulus es von sich in Galater 1 erzählt. Das apostolische Charisma kann sich aber auch darin zeigen, Vorkämpfer für einen noch unterentwickelten Aspekt von Gottes Handeln in einer bestimmten Gruppe von Menschen zu sein, wie in Apostelgeschichte 10 zum Beispiel, wo Petrus dafür einsteht, dass auch die Heidenchristen mit der heiligen Ruach erfüllt werden können, was den anderen Judenchristen bis dahin noch gar nicht so klar war. Oder eben, wie ich in meinen Predigten hier eben immer wieder auch dafür eintrete, dass der Heilige Geist eigentlich die weibliche Person der Dreieinigkeit ist, Ihr habt es ja nun schon jahrelang mit mir durch- und ausgehalten. Und auch ohne das Amt des Apostels zu bekleiden, kann man im Alltag in diesem Sinne durchaus apostolisch sein. Die zwölfte Auswirkung der Gnade ist die Gabe des Lehrers, die sich darin auswirkt, auch komplizierte Kenntnisse von Gott in Geduld und Langmut so zu vermitteln, dass auch Kinder es verstehen können. Denn es gibt nichts im Reich Gottes, was Kinder nicht verstehen können, denn den Kindern gehört das Reich Gottes. Also kann man niemals zu Kindern sagen, das ist zu kompliziert für dich. Dann hast du es nämlich noch nicht verstanden. Die dreizehnte Auswirkung der Gnade ist die Hilfeleistung. Hilfe zu leisten heißt, soziale Verantwortung zu übernehmen, weil man ein Teil einer Gemeinschaft ist und für sie auch eintritt. Das Charisma der Hilfeleistung wird in allen Situationen gebraucht, in denen die Gefahr der Beeinträchtigung für Leib und Leben eines Menschen besteht und sei die Beeinträchtigung auch noch so gering. So, dass man auf ein bestimmtes Ereignis aufmerksam wird und das Wahrgenommene als Situation erkennt, die für die Gesundheit des Betroffenen bedrohlich werden kann, ist eine unbedingte Voraussetzung für die Hilfeleistungen, wie man sehr gut an der Geschichte vom barmherzigen Samariter sehen kann. Und wenn es dir aufgefallen ist, ist es noch höchstwahrscheinlicher, dass du auch derjenige bist, der sich darum kümmern soll und nicht zu irgendjemandem geht und sagt, hast du schon gesehen hier, kümmere du dich mal drum. Wenn du es siehst, mache etwas draus. Sinnvoll Hilfe leisten heißt, besonnen und umsichtig das jeweils Richtige zu tun, nicht hektisch in blinden Aktionismus zu verfallen und das ist ziemlich sicher eine Auswirkung der Gnade Gottes. Die 14. Auswirkung der Gnade schließlich ist das Charisma der Leitung. Die Gabe der Leitung ist entweder die Fähigkeit zur Entscheidungshilfe in einer bestimmten Situation oder ein Verwaltungsdienst, der dafür sorgt, dass alle bekommen, was sie brauchen. Das Charismatische an der Leitung macht sie nicht geschickter, sondern es macht sie selbstloser, so dass es die anderen aufbaut. Paulus weist im Bild vom Leib Christi darauf hin, dass die Gabe der Leitung nicht über den anderen Gaben steht, sondern diesen zuarbeitet. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Der Ausdruck, der hier steht, Kybernesis, kommt aus der Schifffahrt und man könnte ihn auch mit Steuermannskunst übersetzen. Charismatische Leiterschaft hat die Aufgabe, einer Gruppe oder einer einzelnen Person zu helfen, ihren persönlichen, richtigen Weg zu finden. Und auf den richtigen Weg, das Ziel der Charismen, kommt Paulus dann auch am Schluss in 1. Korinther 12 zu sprechen, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder einer schallenden Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisweise und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Und darum, ihr Lieben, halte ich die Liebe für die 15. Geistesgabe. Allzumal, wenn es dann darum geht, seine Feinde lieben zu sollen oder auch einfach nur zu müssen. Da braucht es etwas, das über die normale Ambiguitätstoleranz hinausgeht, nämlich das Charisma der Liebe. Und damit sind wir wieder beim Anfang der Predigt angelangt, wo ich gesagt habe, dass die Charismen genauso wie die Frucht des Geistes dazu da sind, uns Jesus ähnlicher zu machen. Das Ziel der Beschäftigung mit den Charismen ist, wie bei allen anderen Glaubensdingen auch, ein tieferes Verständnis der Liebe zu Jesus und zu den Menschen mitten im Alltag zu bekommen. Und dass uns das gelingt, dazu segne uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und die Heilige Ruach. wie die dritte Person der Dreieinigkeit auf Hebräisch heißt. Amen.